Fichte schrieb über Luther, ihn ergriff ein allmächtiger Antrieb, die Angst um das ewige Heil. Und dieser ward das Leben in seinem Leben und setzte immerfort das Letzte in die Waage und gab ihm die Kraft und die Gaben, die die Nachwelt bewundert. Mögen andere bei der Reformation irdische Zwecke gehabt haben, sie hätten nie gesiegt, hätte nicht an ihrer Spitze ein Anführer gestanden, der durch das Ewige begeistert wurde. Dass dieser, der immerfort das Heil aller unsterblichen Seelen auf dem Spiel stehen sah, allen Ernstes allen Teufeln in der Hölle furchtlos entgegenging, ist natürlich und durchaus kein Wunder. 2. Luther als Reformator der Kirche Luther ist allen bekannt und in aller Munde. Aber deshalb ist er uns keineswegs mit dem vollen Bilde seines Wesens und Wirkens gegenwärtig. Nicht nur haftet meist der Blick zu ausschließlich an der religiösen Bewegung, die von ihm ausging. Auch wird nicht genügend anerkannt, dass die Erneuerung der Religion ihre einzigartige Kraft und Wucht aus dem Ganzen eines eigentümlichen Lebens schöpfte, das in jenem Manne hervorbrach. Und das in der Religion wohl seinen Höhepunkt fand, nicht aber sich darin ganz ausgab. Auch kommen die inneren Bewegungen und feineren Züge des Mannes oft nicht zu ihrem Recht. Er erscheint zu derbe, zu sehr nach außen gekehrt, zu kampflustig. Der Ausgangspunkt der religiösen Bewegung bei Luther war ethischer Art. Es war die Entrüstung, der heilige Zorn über den Ablasshandel, den er in seiner nächsten Nähe aufwuchern sah. Denn bei diesem schien, wenn auch nicht nach der Absicht der Kirche, so doch in der Wirkung auf das Volk, eine materielle Leistung, schien bloßes Geld eine sittliche Wandlung ersetzen zu können.